Hi, willkommen zum heutigen Video. Ich stelle heute das Concept 2 Rudergerät Modell D mit PM3 Monitor vor. Ich habe viele Erfahrungen mit dem Gerät. Sowohl in meinem jetzigen Fitnessstudio trainiere ich viel damit, als auch in meinem alten Fitnessstudio gab es dieses Rudergerät und auch da habe ich schon viele Jahre lang damit trainiert. Das ist ein echter Klassiker unter den Rudergeräten und für mich zumindest die Nummer 1. Ich habe es auch schon mit anderen Geräten trainiert, aber an dieses Rudergerät kommt lange mal gar nichts ran. Kurze Info vorab, unter dem Video in der Videobeschreibung habe ich auch einen Link reingemacht, wo man genau dieses Rudergerät kaufen kann. Man sieht hier wie leichtgängig der Sitz ist. Unterm Sitz sind Rollen angebracht und die bewegen sich wirklich sehr sehr leicht. Es ist also kein Problem hier den Sitz nach hinten zu bewegen. Hier vorne, was man jetzt sieht, da kommen die Füße rein. Ich zeige das jetzt auch mal kurz. Hier oben die Schlaufe. Man kann natürlich verstellen, wie groß das alles sein soll. Dann zieht man es einfach an diesem Band fest und das war es dann auch schon. Es ist sehr einfach und unkompliziert gestaltet und genau das gefällt mir hier auch dran. Dann vorne hat man den Griff, der ist hier eingehakt in so einer kleinen Halterung und mit einer Kette vorne am Antrieb befestigt. Die Kette sieht ein bisschen aus wie bei einer Fahrradkette. Vorne der Antrieb, der funktioniert mit Luftwiderstand. Schauen wir uns das mal kurz an. Es gibt hier verschiedene Einstellmöglichkeiten, wie man sieht, mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und je nachdem, wie stark man es eben haben möchte, so hoch wählt man die Einstellung. An diesem Schiebregler hier lässt sich das ganz einfach verschieben, wie man sieht. Dann kommen wir zum Trainingsmonitor. Es gibt hier verschiedene Varianten. Jetzt hier an diesem Rudergerät ist der PM3 Monitor dran. Es gibt hier natürlich verschiedene Trainingseinstellungen und Daten waren angezeigt, wie zum Beispiel die Leistung in Watt, der Kalorienverbrauch, die geruderten Meter und es lassen sich auch bis zu 500 Trainingseinheiten auf der Lokkarte speichern. Es gibt auch so kleine Spielchen, wie das man ein Ruderrennen simulieren kann. Das verwende ich aber eigentlich nicht. Ich hoffe, das Review hat euch weitergeholfen. Für mich ist das wirklich das beste Rudergerät. Unter dem Video in der Videobeschreibung habe ich einen Link reingemacht, wo man das Rudergerät kaufen kann. Abonniert meinen Kanal und bis bald.